Also momentanisch war der 13. Ja, sehr spiel. Ich hoffe mit einem besseren Ende. Eine Sekunde vor Platz 15, okay. Sie hat mich zum Spielen eingeladen, hä? Ja, weil er gedacht hat, du bist wahrscheinlich rausgeflogen, weil keiner jetzt schon aufgibt. Das war tatsächlich Absicht von ihm. Ja, das kann man auch währenddessen machen. Um während dem Fahren zu essen. So einhändig lenken. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Eieieiei. Eieieiei. Ja, vor Walle. Oh, der Player dreht sich. Ich hab so einen Flügelschaden. Nein, diese nächste. Fuck. Gucken wir mal was wir gleich noch hinkriegen hier. Wobei siebter wäre ja an sich gut. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet bisher. Ähm, dann, die Runde geht los und ich seh nur weiß. Voll der Grafikfehler. Ich müsste ja nicht unbedingt fahren, aber muss trotzdem. Sicher ist sicher. Oh, Marcel, die Abstände bis Platz 12 sind aber schon heftig. Du hast 13, 8, 8. Dann kommt 13, 9, 2, 13, 9, 2, 13, 9, 4, 13, 14, 0. Boah. Walle und Jan, die haben genau die gleiche Zeit. Loil, geil. Loil, geil. Oh Mann ey. So, Sabo mit 1, Steini. Geil, die Nesta. Ich, Stifla. Hesse, DZ an. Scorpion, Max, Delphim, Tombi und Nano raus. Brauchst du leider Scorpion, Max, Delphim, Tombi, Nano. Ah. Ey, aber Tombi, der ohne Witz, seitdem ich ihn in den Lenkrad reingebated habe. Ähm, 1, 15, 0. Klar, er hat Mercedes, klar. Aber wenn man das berücksichtigt, wie lange er fährt, ist das nice. So, rein in die Assault Lab. Genau. Hier dauert ein bisschen. Viel Glück, Leute. Ja, dir auch. Das werde ich brauchen. Oh, das war knapp. Ich auch. Mit Platz 9 wird es natürlich jetzt ein bisschen knapper als eben. Ja. So. 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 Soll ich dir mobile also achstellen? Ja. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Oh, guckt euch die Zeiten an, ey. Vor allem so knapp. 5, 5, 6, 4, 6, 5, 1. Oh, wow. Auch hier, weil der Nestor geführt ist ja auch nichts. Ja. Also da, ach du Scheiße. 1 bis 1, 5.000. Und von Stiffla zu Sabo auch 5.000. Alter Vater, ey. Guten Abend. Sagt man eher, sagt man Phoenix oder Phoenix? Weißt du, oder Phoenix eher, oder? Grüße auf jeden Fall. 100% Österreich, wir sind gerade in Q3. Ich weiß gleich, wo es in die Zeit, wie lange noch ist. Ist irgendwie weg. Egal, alles klar. Und, äh. Ja, 71 Runden. Das Rennen ist im Trockenen. Leicht bedeckt. Wir gucken, was kommt. Ich hab die Boxen-Crew, äh, bestochen. André kriegt, äh, Treibchen-Reifen. André muss einfach, äh, nicht so viel schnacken und fahren. Der, der Junge kann ja fahren. Er muss einfach nur das, was man ihm sagt, noch umsetzen. Und, äh, das, was er im Quali grundsätzlich richtig macht, noch aufs Rennen übertragen. Dann kann der Junge schnell sein. Gucken wir mal, was das wird. Irgendwas hab ich an der Nase hier gerade. Sabo 1, ey. Das ist auch ein krankes Tier, ey. Aber irgendwann aneinander. Gefällt mir. Wasser hat mir keiner. Egal. Was denn auflösen? So, ich mach das mal wieder. 5 Minuten sollte ja easy reichen. Mhm.